Herzlich Willkommen zu der Fortsetzung dieses Let's Plays und ich werde jetzt mit Hirnsturz mal eine Dungeon Ebene erobern. Er weiß zwar nicht, dass ich einen DS habe, er kommt nicht drauf wahrscheinlich. Auch wenn das müsste, er kommt mir ziemlich jung vor. Ja, jetzt schauen wir mal, wie er spielen kann. Und hier sieht man wieder die Ladezeit, wie ich versprochen habe. So, wenn Bruder Ferien auf dem DS kommt. So, wenn Bruder Ferien auf dem DS kommt. So, wenn Bruder Ferien auf dem DS kommt.